Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir sind in einer Klimakatastrophe und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei an einem Gemälde. Wisst ihr, wovor ich Angst habe? Davon, dass die Wissenschaft sagt, dass wir 2050 unsere Familien nicht mehr ernähren können. Braucht es Kartoffelbrei auf einem Gemälde, damit ihr zuhört. Diesen Gemälde wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns um Essen streiten müssen. Wann ist der Punkt der Reich? An die ihr hittet? Wann ist der Punkt der Reich? An die ihr hittet? Und nicht einfach zu weit machen. Okay. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Also, der graduates色 ist die Pandemie der Reichweite. Vielen Dank.